Seid gegrüßt und willkommen zur 14. Episode meiner Sekiro Shadows Die Twice Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Ah nein, nein, nein. Oh, es geht wieder los. Oh, diese blöden Hühner hören mich wieder oder was? Oder sehen mich. Oh Mann. Eigentlich wollte ich nicht so ramponiert da oben hingehen. Komm. Äh, was soll ich tun? Ach ja. Was ist denn hinter mir jetzt wieder los? Diese Hühner, ne? Ich will aber nur einen von denen jetzt bekämpfen. Komm. Der andere dürfte mich doch jetzt vergessen haben. Wo ist der hin? Okay, ist der einfach mal weg. Ne, der ist noch da. Verdammt. Boah, schneller. Keine Zeit. Ohne, ich wollte nicht Feuer. Ich will doch die... Ah, 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 ah. Gehexed haben. Geht doch, so. Ja, klopf du mal. Okay, das war nicht so geplant. Ich wollte eigentlich den Schild kaputt hauen. Naja. Hat ja trotzdem funktioniert. Ich will eigentlich gegen diesen einen Typen da kämpfen, die in den großen mahnen. Direkt alles verkackt hier. Oh, natürlich ist das ein Fernkämpfer. Ich sehe nicht, wo der... Da. Na komm, jetzt soll der eine halt kommen. Dann mache ich ja... Oh, komm jetzt. Der sieht mich doch, oder? Der andere. Warum? Och, weißt du? Gucke ich halt, dass ich den Fernkämpfer da umhauen kann. Ich sehe rein gar nichts. Oh, der sieht mich halt voll. Ja! Genau! Jetzt habe ich auch noch den Pfeil in mir drinstecken. Ach, komm. Oh, nein, nein, nein! Obwohl? Eigentlich eine gute Idee. Aber... Wer sieht mich jetzt überhaupt? Ich will da hinten hin. Ich hoffe, man kommt überhaupt... Moment mal. Kommt man von hier unten? Nö. Hier ist natürlich kein Dingens... Dum-Dum-Dum-Dum. Aber man kann aus dem Wasser raushüpfen. Das ist schon mal gut. Waren hier nicht irgendwelche großen Viecher? Moment mal. Hier war doch irgendwas, was mich verfolgt hatte. Wo sind die jetzt? Hinter mir. Nö. Ach, keine Ahnung. Und dann halt hier hoch. Da will ich halt hoch. Hallo. Hoch. Ah, hier kann ich hoch. Shinobi-Jäger von bla bla bla. Ach, den habe ich hier noch aktiv. Wo ist denn der jetzt? Oh, oh. Der scheint ja echt irgendwo hier zu sein. Mal gucken. Zum Glück bin ich hier. Wo ist denn der? Und nö. Nicht, dass der mir hinterhergesprungen ist ins Wasser. Und jetzt der irgendwie festhängt. Ah, da ist er. Sehr gut. Solange der Bogenschütze mich da nicht sieht, ist alles gut. Ich hätte aber schon gern mehr Heilung irgendwie. Was ist jetzt wieder hinter mir los? Oh, ach, die Fische oder so. Der sieht mich, oder? Oh, lass mich runter. Überlege gerade, was ist gegen den. Das Feuerwerk vielleicht. Oh, der ist ja so superschnell. Verdammt. Oh, der geht immer weiter zurück. Voll der Sack. Soll er hier hinkommen. Das kommt ja genau. Oh, Mann. Der ist echt zu schnell. Also für mich im Moment. Ja. Oh, Mann. Oh, wir stehen. Hallo. Oh, es läuft ja weg. Gut, dass man daran nicht stirbt. Oh, ich hoffe, der heilt sich jetzt nicht. Aber ich kriege den eh nicht besiegt. Mann. Obwohl, wenn ich gut aufpasse, nicht heilen, Typ. Heil dich nicht. Bleib schön, so wie du bist. Wie muss ich da hin? Dingsen. Das wäre am idealsten. Gut. Das habe ich aber super hinbekommen. Direkt ausgewichen. Obwohl ich es nicht wollte. Oh, hier kommt der nicht hin. Moment mal. Hier kommt der nicht hin. Moment mal. Ah, der hat eine hohe Reichweite. Ach, der läuft außen rum. Natürlich. Ich überlege gerade, kann ich den vielleicht runterstoßen? Aber bevor er den Bogenschützen da alarmiert. Ich überlege gerade, wenn er nach vorne gestürmt kommt, kann ich doch theoretisch einfach auf ihn zulaufen. Oh, komm jetzt nach vorne, Mann. Oder ich lasse mich einfach aus der Luft, äh, runterholen. Oh, Mann. Ich muss halt mit mehr Heilung, also mit mehr Leben reingehen. Habe ich das gerade 400 Gelddingsbums hier gekostet? Oh, Mann. Ähm. Hallo, Figur? Ähm. Ne, was wollte ich denn gerade? Ich wollte, ähm. Aber ich habe ja gar kein Dings. Doch, ich habe was für Fähigkeiten. Moment mal. Ähm. Flugparieren. Das hilft mir jetzt auch nicht mehr. Rennen und Gleiten. Präsenz oder? Ne, das nicht. Das haben wir hier. Nachtschwalbenhieb. Ne, ist auch nicht das, was ich suche. Was war das hier? Treibender Schnitt. Ne, das ist auch nicht. Greifhackenangriff. Ähm. Hm. Flugparieren. Mikorikonter. So, ich soll auch da einfach nur Stoßangriff. Ach so. Ich muss halt einen Stoßangriff haben. Tritt auf das. Ja, wenn er so nach vorne geht. Ich weiß gar nicht, ob das mit dieser Lanze von dem Typen geht. Äh. Ja, komm. Ich nehme den einfacheren Weg hier. Hallo. Lass mich hoch. Hier wollte ich hin. Genau. Ohne gegen alle zu kämpfen. Die Tür ist ja eh offen. Keiner gesehen. So. Hier nicht verkacken. Hier nicht verkacken. Hier nicht verkacken. Einfach den Gegner umhauen. Dann den nächsten umhauen. Fertig. Und schon wieder verkackt. Ach komm. Ja, ich lasse mich jetzt. Ohne, ich hau ab. Und, also ich hab, nein, nein, nicht damit. Oh, ich würde die Kübelchen nicht benutzen. Ja, ich gehe gleich zurück. Bitte eh nix. Okay, das war kein Stoßangriff. Sehe ich ein. Ich kann doch. Wieso? Ja, genau. Jetzt ist es aber gut hier. Es kommt noch einer an. Ja, jetzt ist es gut. Nö. Jetzt ist es aber vorbei hier. Kann ich die Figur überall benutzen? Letztgesuchte Figur. Mann, ey. Was habe ich getan? Hanni bei der Unsterbliche. Das ist doch mein Trainingspartner-Tipp. Hm. Wow. Tipp. Tipp. Gott. Hat er mich gesehen? Jetzt habe ich zwei Gegner, oder? Geh mal so lange da oben hin. Wie das keiner bemerkt. Geh der da hinten ist weg. Okay, dann hau ich mir jetzt die. Ach so. Autsch. Autsch. Ne. Nicht nochmal. Mal. Also. So. Und die Dinger. Die Dinger benutzen wir jetzt zum Pullen. Also auf die Gegner. Wie weit wirft das? Kann ich das eigentlich mal gucken? Okay. Er hat jetzt die Aufmerksamkeit von mir. Ich hätte auch einfach zwei Sekunden. Jetzt hatte ich die Aufmerksamkeit. Zwei Sekunden warten können. Ja, ruf halt deine Kollegen. Ist mir auch egal. Komm doch einfach. Ah. Oh. Nein. Geh weg. Ich bin zu doof. Ich muss das nochmal irgendwie mir anschauen, wie ich das mache. So sehe ich den ja gar nicht. Tada. So, das muss ich aber von den da irgendwie einen wieder anlocken. Das klappt wieder nicht. So. Das fliegt nicht weit genug. Vom Hüpfen aus kann ich das nicht. Hallo. Oh, der sieht mich. Der andere hat mich nicht be... Der hat irgendwas bemerkt, aber weiß nicht, wo ich bin. Also, ich könnte auch schon mal darauf wechseln. Um ihm dann sein Schild umzuhauen. Komm. Oh, komm. Das ist mir jetzt zu doof. Ja. Ja, ist gut. Okay. Ich hätte direkt alle drei Gegner umhauen können, glaube ich. Oh, Mann. Wo ist der jetzt? Komm her. Siehst du mich? Siehst du mich? Komm her. Geht das jetzt wenigstens? So ein bisschen. Nee, du rufst jetzt nicht alle. Komm jetzt. Alter, das ist... Lenk, lenk, lenk. So, jetzt bitte der Große hier. Der Stärken... Ach komm, ich mach erst den... Fernkämpfer. Wie sagt man das Dings doch, dass ich hier, äh... Gefährdet bin von Feuer, oder? Ist der jetzt überhaupt? Öh... Da ist er. Hm, hm, hm... Hm, 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 hm... Haben die mich jetzt entdeckt? Nee, haben sie nicht. Der... Oh, der hat mich aber... Wo ist der denn? Da hinten. Ich muss gucken, dass er mich nur sieht. Komm her. Ihr lasst mich in Ruhe. Typ, komm her. Hallo? Was ist der mit ihm? Hey, diese Karmik-Spieler. Ich hab halt keine mehr. Okay, wir warten einfach mal. Du siehst mich. Du siehst mich. Hallo? Du siehst mich. Geht doch. Jetzt aufpassen, wo ich hinlaufe. Ich glaube, ich rüste mal die Asche aus. Oh je, es dauert das wieder ewig, bis der kommt. Wobei, ich könnte ja kurz hier mit ihm kämpfen. Die anderen hören das ja eh nicht. Ja, komm. Du siehst mich. Hallo? Hallo? Nicht wieder runterspringen. Boah, Mann. Wieder nicht anvisiert. So eine Kacke. Ja, komm ruhig näher. Es wird wieder unnötig. Das Leben verschwendet hier. Oh Mann. Ich hätte direkt... Es war zu spät. Ja, hätte ich gut. Besser ausweichen, keine... Oh Mann. Jetzt hab ich sie da... ...nicht so toll hinbekommen, finde ich. Mann, komm her. Typ. Haben wir noch? Haben wir noch. Komm halt. Mann, wie? Ich weiß nicht, wie ich ausweichen soll. Ich muss... Ah, ich muss zur Seite. Weil nach hinten bringt mir nix, wenn die... ...wenn diese Waffe von ihm so lang ist. Ich muss zur Seite. Oder weg... Also hin zu ihm. Ey, der regt mich echt auf. Komm näher. Nicht sein Ernst. Oh, bleib hier. Ah, hat doch geklappt. Mikiri, blablabla. Ah, ich hab's doch hinbekommen. Weil es ein Stoßangriff hat. Es geht also bei jeder Waffe. Das ist gut zu wissen. Okay. Das war dieser Konter, glaube ich. Sehr gut. Also... ...bin ich doch nicht zu doof dafür. Aber halt... ...zu doof zum... ...Kämpfen. Oh Mann. Aber ich würde sagen, ich... ...mache in der nächsten Episode weiter. Wenn euch die heutige bisher gefunden hat, könnt ihr sie natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, ob ich jemals irgendwie noch einen Gegner oder Zwischengegner down kriege, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.